WDR mediagroup GmbH Los Auch da oben Oh der Need ist eigentlich ganz nice Wir können 1 komplett durchpushen Gebrauchten Wir können hier direkt rüber Aber es ist auch gefährlich Wir können rechts und Close sein Ja einer durch Und auf dem Side Wee nehm ich noch Wir haben keine Heiler Denkt dran Es ist gut Bei mir links aussen ist einer Was ist der Sniper? Ja Sniper In-on-Low auf 1 links Links müsste da noch einer sein da doch Ja genau wenn du da weiter gehst Zu und zu Zwei Indies jeweils Mitte oder war das? Ja ich bin fullflash Der ist glaube ich drin im Spot Und der lichte Clamer hier Ah das war die Waffe die runtergerutscht Okay Also doch rechts oder was? Ich könnte Bombe legen Ich glaube einer ist da drauf auf dem dem Connector Shit Ja da ist da Jaja da lag meine Mine Ich lege ich bin der Engineer Also ich bin der Engineer Links Links da geht links rum Er steht da drüber Kann man da durch springen? Nur 30 Sekunden Nur 30 Sekunden Claymore löst bei mir Zum Glück nur sehr spät aus 3 Sekunden Zeit Nach Aktivierung hast du So dass die Schuhe die ich drin gelassen habe Genau deswegen Oh Gott die Nate von mir Die haben nicht auf Medic gewechselt Den Alex Stimmt Noch einer da rechts Der mit einem Exosuit Wir gingen grad auf 2 Okay Schön Das ist ein echtes 5 von 5 Das ist ein echtes 5 von 5 Die Last Tomaten So heißen die Hallo Mach jetzt mal hier keine Wichschen Ja Das ist auch so eine Tomate Heiler Heiler mittlerweile Ne immer noch kein Heiler Oh den haben wir aber gut gegeben Noch einer da Bommel ich da? Auf meine Leiche Oh der ist Ich glaube Hintergrund Wann habe ich jemanden? Und wo? In unserer Base In unserer Base Ich habe noch CD gerade Oh ich habe die Womme nicht Äh Da von Von deren Spot zu In der Mitte Der kommt von unserer Base Genau hast du ihn gesehen dadurch Hinter dir? Da in der Mitte Aha Wie Litt? Turnt 2 Turnt 1 Du hast ne Claimers bei dir auf Side Du hast ne Claimers bei dir auf Side Nicht mehr Rechts kommt Ja Rechts reingeslidet Ist drinne Die Sniper Die blutige Hand ist reingeslidet Jetzt haben sie einen Heiler Ganz rechts über die Wand bitte Ja jetzt müsste wenn wir jetzt schaffen zu planten Ich bin bei 2 drin wie es keiner Von hinten schon Drei von hinten schon Wenn du irgendwie für mich planten kannst Mitte Mitte Okay gut Kannst du es von hinten da aus sehen ich hoffe Nein Nee Nichts Komplett hinter der Wand Wie soll ich das denn sehen? Ja du kannst vielleicht oben auf die Kiste rauf oder? Ja denn Ich bin blind Links von mir Links von mir Fullflash Links push Ach hinten links Der ist da vorne noch ein Haupteingang Ich hab ihn gehört Oder? Hat den hast du gekillt ne? Mitte 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 jetzt Also genau in der Mitte Jetzt ist er recht weg Mitte wieder Daher kommt der Finger wieder Mitte wieder Dann kommt wieder Piu 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 Nochmal der Angie Wir können ja ganz rechts Ganz gut ruhig finde ich Ganz rechts ist awesome Über die Mauer Oh f**k Ich stand genau auf den Helden Er hat zwei Leute bei 1 Noch mal über die Mauer einer? Alex komst du mit Dann mach dir ruhig Mach die ruhig Ich wurde weggepompt Belebe wieder, ich geh back up Kannst Bombe legen von dran Ich hab Schweine aim, ein nach vorm Eingang Linkerseite ich plant immer Da von wo ihr gekommen seid kommt einer Oh Gott Oh Gott Noch einer Haupteingang Puh Ich hab so hart potato Wohin eins oder zwei Ich mach zwei wegen ihm Ich kann alles das Ding zu bauen Oder was auch immer Die haben weiterhin einen Heiler Bei eins ganz rechts Bei mir sind Gegner Ich hab's versaut Weiß ich nicht mal an wie sehen konnten Drei Stück am Spot Oh lol in der Base sind die noch Zwei Leute Ja Wie? Man kann den in der Base Das ist ja mies Und der ist mit der Push Ja mit der Push durch Oh Mann ey Dass er mir die Akte in den Rücken schießt die Sau Einer outside Nein da duks war auch noch einer Wie das aussah Wie so ein schlechter Film Das steht ganz links Ganz links da über die Mauer Ah über die Mauer Stimmt da brauchst Hilfe Oh kommst von beiden Seiten nur zu zweit hin Keine Ahnung wo ich hier bin Ja das ist ein Gang Das ist wirklich komplett außen Ey wie schnell ist er denn? Die können jetzt da hinten oben kommen Eins kommt jetzt raus glaube ich Nein Hier sieht man keiner Oh Mann Wenn ich das mal so schnell sein kann Aufseits Er kommt hoch zu euch Alex Bei dem blauen Toter Ja Mitte immer noch Base 2 Die spielen lange in der Base Links 2 ne Gitarlu Park hinten Ganz hinten Ja Er bekämpft die Leichen Wir haben auch noch einen Heiler Der hätte die leisen Schuhe an oder? Ich habe keinen Strip gehört Nein Das war der Healer Inji ist letzter Das Der Clermos ist ganz schön OP oder? Nur wenn du halt die Schuhe nicht hast ne? Ja 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 klar ok Deswegen finde ich die Schuhe halt einfach Wesentlich wichtiger als die anderen Hier hoch links Ja Hallo Ja Ich würde da gar nicht reingehen Hotter Die Anti Claymore Boots sind einfach wichtig als fuck Ja Können wir jetzt mit Waffen? Ey hier wird es noch viel schneller Ich leuchte tot Bin ich tot? Bin ich tot? Bin ich tot? Lebe ich noch? Ich lebe noch? Aber ich leuchte rot Ja 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 Nice Alex Alter will wir die hier fertig machen Ja Wo ist der jetzt? Letz 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 Bitte raus gehen da Kunvan Alter was war das denn? Hat jemand eine Nate auf mich geworfen? Ja Leicht Ja Ich hab voll mein Mario zerzogen Ja Holy shit ey Otter spielt Anti Teammate War gewollt Alex Ja Da ist sie wieder Der Troller den du bis zum Bauchnabel gucken kannst Der Dafür seh ich am geilsten aus Hier links Alter die Maske ist so geil Der rechts ist hier geil links So ein Vitescreen hab ich gar nicht Ich hoffe es hat euch gefallen Checkt die Videobeschreibung und die anderen in der Videobeschreibung jedenfalls ab Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder oder wir schauen uns mit dem Partnern Ciao Ciao Tschüss